Hallöchen! So, nach der ersten Episode hat es ein bisschen gedauert. Gestern haben wir eine Tagestour mit dem Mountainbike gemacht an der Mosel. Deswegen war gestern nichts drin, aber heute Sonntag geht es dann weiter. Das sollte sich ja machen lassen. Hier gibt es noch ein bisschen was aufzuholen. Hilft ja nichts. Los geht's! Lebensmittel. Das ist die Fähigkeit. Ja. Ja. Es geht's. Ja. Ja. Das war's für heute. 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 Divine... Das war's für heute. Das war's für heute. Juicy. Das war's für heute. Divine... Das war's für heute. 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 Divine... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Divine... Das war's für heute. Das war's für heute. Divine... Divine... Dasty... Divine... Divine... Juicy... Die... Dasty... Die... 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 Soda Crush 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 Soda Crush